Tja, es kommt einfach raus, ob ich will oder nicht. Vielleicht will ich es einfach nicht mitnehmen, dahin wo ich gehe. Ich dachte, ich hätte alles gut begraben. Ich wollte euch die Bilder nicht aufladen. Ich dachte, ihr braucht es nicht zu wissen. Aber vielleicht hast du ja recht, Lotte. Vielleicht muss ich einfach erzählen, was ich weiß und was ihr dann damit macht. Keine Ahnung. Wisst ihr, dass ein Feuersturm ist? Nein. Wisst ihr, was ein Feuersturm ist? Ratsch, nein, Kate. She wants to know if you know what a Feuersturm is. No. Bomben alleine können eine Stadt nicht zerstören. Das kann nur ein Feuersturm. Bomben alleine können eine Stadt nicht zerstören. Nur ein Feuersturm kann das tun. Ich habe es erlebt, gesehen, gehört und ich habe den Geruch von Verbranntem noch immer in der Nase. She experienced it. She saw it and heard it and still has the smell of burning in her Nase. Du bist doch unser Experte. Erzähl uns doch mal was über einen Feuersturm. Erzähl uns doch mal was. Und wenn man mit einem Feuersturm kommt, wird ein Feuersturm. Erzähl uns doch mal was. Erzähl uns doch mal was. Erzähl uns doch mal was. Ich habe Leute auf den Straßen liegen sehen, mit dem Gesicht am Boden und Luft zu bekommen. Einmal schrie neben mir ein Mädchen. Sie steckte mit den Füßen im Asphalt fest, weil die Straße geschmolzen war. Es war eine Mädchen neben ihr, die schrie für Hilfe schrie, weil ihre Füße in den Asphalt steckten, weil die Straße meldet. Ich konnte sie gerade noch festhalten. Ich habe eine Frau gesehen, die ihren Kinderwagen verloren hatte. Sie rannte hinter ihm her in die Flammen hinein. Es war eine Frau, die ihr Kinder in der Flammen in die Flammen rannte. Der Sturm hat alles mit sich genommen. Der Sturm hat alles mit sich genommen. Der Sturm hat alles mit sich genommen. Für das ist ein System entwickelt. Also, wo ist all das sehr flammable Material? Wood, cotton, paper? Das ist in die Gebäude. Die erste Sage-Explosive-Bombs, also such Blockbuster-Bombs, wurden verraten, um die Gebäude zu verbrechen, um die Rüfte zu verbrechen und zu verbrechen, um die Wände zu verbrechen, um die Bombs zu verbrechen. Sie wurden verbrechen. Sie waren in der Stelle 2. Millions von Sticks, über das Länge, 27 Inches, fell auf die Stadt. In der Stelle 3 waren die Bombs zu verbrechen. Aber einige haben heavy Nose, die Drillen durch die Röden, blowing up waterpipes, und zu den Böden, auf den Böden, auf den Böden, auf den Böden, um die Böden zu verbrechen. Wenn die Böden zu verbrechen, dann die Böden, um die Böden zu verbrechen, um die Böden zu verbrechen, um die Böden zu verbrechen, um die Böden zu verbrechen. Die Böden hatten verschiedene Böden. 24 Stunden, 36 Stunden, 72 Stunden, 70 Jahre. Ich glaube, wir haben nur überlebt, weil wir nicht im Schutzraum geblieben sind. Wir sind einfach durch die Flammen gerannt. und sie denken, dass sie und Lotta nicht überlebt haben, weil sie den Böden zu verbrechen, weil sie den Böden zu verbrechen, den Böden zu verbrechen, und sie fußen einfach. Am nächsten Tag haben wir unsere Mutter besucht, die im Schutzraum zurückgeblieben war. Aber wir konnten den Weg nicht finden, weil es gab keine Straßen mehr. Aber wir konnten den Weg nicht finden, weil es gab keine Straßen mehr. manchmal konnte man einen Finger oder ein Ohr erkennen und daran sehen, dass es einmal ein Mensch gewesen war. Manchmal konnte man einen Finger oder einen Ere und man konnte wissen, dass es einmal eine Person war. Als wir den Schutzraum befunden hatten und hineinkamen, sah ich als erstes die Reihen von Schuhen, die einander gegenüberstanden. Und als ich weiterging, sah ich sie sitzen in zwei Reihen, hauptsächlich alte Frauen und Kinder. Und sie ging weiter und dann sah sie dort sitzen, mainly alte Frauen und Kinder. Ich wusste bis dahin nicht, dass wenn man an Kohlenmonoxid vergiftung stirbt, die Haut kirschrot ist. Sie wusste nicht, dass wenn man von Kohlenmonoxid-Poison stirbt, dass die Haut cherry redet. Danke fürs Zuhören. 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 Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020